Frau Wolf, der Ethikrat hat abgelehnt, Kinder unter 10 Jahren in meiner Studie zu behandeln. Und zwar aus gutem Grund. Ich habe bereits ein Kind verloren. Das war das Mal, überstehe ich das nicht. Ich sehe wieder Ducha. Das ist es so. Das sieht man. Ja. Ich sehe, ich muss es sich zu schünen. Ich kann es... Was? Ich habe mich von? Das ist gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.